Hallo und herzlich willkommen zurück bei Adam Venture Origins. Ich bin der Zuwarok und ja, wir sind jetzt hier in Oxford in den Ruinen und ja, und sind auf der Suche nach Teile für das Planetarium. Also irgendwas fehlt auf jeden Fall da. Auf jeden Fall haben wir da etwas. Ich traue der Sache hier nicht. Da ist auf jeden Fall was. Da liegt etwas. Ähm, laufen wir da mal rüber. Zacki, was haben wir denn da gefunden? Das brauchst du nicht mehr, ne? Nein, das brauchst du nicht mehr. Ich möchte es gerne nehmen. So, was kannst du hier? Ein Schmuckstück. Eins von vier. Ah, gut. Also, wir müssen vier Stück davon suchen. Höchstwahrscheinlich so, wie es aussieht. Wo geht es denn hier weiter? Da oben ist wieder ein Haken. Aber hier können wir noch weiter runter. Wir gehen mal hier komplett in den Keller. Mal gucken, wo wir da hinkommen. So. Hier ist nichts. Gar nichts. Achso. Ach, das kann ja auch sein, falls wir da runterfallen. Damit wir ein bisschen Möglichkeit haben, da wieder rauszukommen. So, hier ist nichts weiter. Hups. Ein bisschen sehr düster gehalten, nicht? Also, unheimlich düster. Furchtbar dunkel. So, F. Na super. Du bist doch eine Wurst. Mein Gott, nochmal das Ganze. Das müssen wir ein bisschen schwingtechnisch was machen. Ein bisschen mehr ausarbeiten, das Ganze. Sonst fehlt es hier nichts. So, hopp nochmal zurück. So, F. So, komm. Ähm, so. Kühlen wir das hin? So, wir schwingen da mal rüber. Ganz galant. So. Und weiter geht's. Die Frage ist, wo sollen wir hin? Wir können ja doch nicht hier die ganze Zeit hin und her schwingen. Warte mal, irgendwas war da doch, ne? Könnt ihr da oben rein? Sag mal, können wir da oben? Ne, höchstwahrscheinlich nicht. Hm. So, wir schauen uns aber weiter um. Irgendwas wird uns das hier sagen. Da unten geht's runter. Auf jeden Fall jetzt noch ein Haken. So. So, kommen wir da rauf? Ja, hat geklappt. So. Da geht's runter. Sehr weit sogar. Und, ähm. Ist das jetzt ein Rundkurs hier? Oder wie sieht's aus? Sehr dunkel. Also, das ist fast schwierig zu sehen alles. Wir müssen da weiter. Wir müssen hier weiter. Okay. So, wir müssen hier weiter. So, hops. Nicht so weit. Nein, das darf nicht wahr sein. Oh Gott. Kontrollpunkt nochmal laden. So, ein Glück. Das war nicht so weit. So, hier ist der. Das haben wir das erste Teil gefunden. Jetzt müssen wir nochmal darüber. Warte mal, halt. Halt, halt, halt. Da war's. F? Nein, wir haben, wir haben Licht. Ach, wir haben ne Fackel. Ich werd, dreh durch. Na gut, wir haben ne Fackel. Wir können was sehen. So. Versuchen wir nochmal hier so ein bisschen. Zack. Da wieder. Zack. So, jetzt wird's ein bisschen knifflig. Wir müssen da nämlich auch rüber. Bitte, bitte, bitte. Oh. So, und dann, das hat ja noch geklappt, aber jetzt müssen wir darüber. So, mal, lass uns nochmal versuchen, da zu kommen. Ja, los. Oh, ja. Sehr schön. Das Gefühl, dass es immer enger wird. So. Wo ist hier was? Für uns was Interessantes. Ein riesiges Gemäuer auf jeden Fall. Mördergroß. Da ist noch was. Da vorne. Da vorne ist noch was. Du musst aufpassen, dass wir nirgendwo hier reinfallen. Die zweite Scheibe. Fehlen uns noch zwei Stücke. Zwei Stück fehlen uns noch. Okay. Interhaken raus. Und nochmal wieder rüber schwingen hier. nochmal versuchen. Lass uns da. Das geht ja ständig im Kreis. Also normalerweise müssen wir irgendwann mal auf der anderen Seite ankommen. Aber wir müssen darüber. Hallo. Ein bisschen so in diese Richtung. So, da müssen wir hin. Nochmal. Ein bisschen mit Anlauf. Also jetzt wollte ich ja sagen, aber wir schwingen uns ein bisschen rüber. Jetzt. Und jetzt kommt. Ah, passt das. Oh, auf der Kante. So, dann haben wir das nächste Teil. Noch was gesammelt. Super. So, jetzt fehlt es noch ein Teil. Ein Teil. Kommen wir da. Da oben. Da sollen wir hin. So. Nein. Nein. Das ist doch nicht. Ihr habt es nicht gesehen. Ihr habt es nicht gesehen. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Oh Gott. Schon wieder abgestürzt. Hoffentlich sind wir nicht so weit weg. Ach ja. Guck mal da. Da, wo wir das letzte Teil gesammelt haben. Da kommen wir weiter. Ein Glück. So, jetzt müsste es aber passen. So. Und, ähm, da oben. Ne, muss ich mehr in die Mitte laufen. Jetzt aber. Ja. Da oben ist das nächste Teil. Ich habe es gesehen. Da oben ist es. Kommen wir denn da so hoch? Gehen wir mal galant nach oben. Da vorne ist das letzte Teil. So. Jetzt haben wir alle vier. Na komm. Sammeln auf. Du spielst bei Dame. Okay. So, wir müssen. Sag mir jetzt. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen den ganzen Weg zurück, oder was? Mach keinen Ärger. Nö, ne? Nö, wir müssen den ganzen Weg zurück. Ach, du grüne Neune. Okay. Na gut. Dann schwingen wir uns mal den ganzen Weg zurück. Wir müssen erst mal da wieder hin, ne? So, und jetzt lassen wir uns mal da rüber. So. Das muss doch passen. So. Der ganze Weg zurück. Komm. Nur ein bisschen. Na, lass uns doch mal. Kommen wir da nicht ran, oder was? Ich traue mich nicht so dicht an der Kante. Noch einen Schritt weiter und ich bin durch. Dich. Komm, mach das Ding da fest. Ja. Genau. Machen wir ein bisschen Licht. So. Ähm. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Kann das sein? So machen wir mal nüftig da ran. Ja, jetzt geht's. So. Das klappt. Aber alles so ein bisschen sehr knifflig. So. Jetzt müssen wir eigentlich schon bald wieder vorne sein. Soweit kann das nämlich nicht so gewesen sein. Soweit kann es nicht gewesen sein. So, dahin. Ne, das war jetzt nicht so. Da. Jetzt aber, ups. So langsam habe ich den Weg raus mit dem Enterhaken. Ein bisschen, äh, Schwung nehmen und dann klappt das auch. So. Jetzt sind wir drüben. Auf der anderen Seite wieder. Da kamen wir ja nicht durch. Also müssen wir den ganzen Weg, mussten wir den ganzen Weg zurücklaufen. Also gut, wir haben jetzt eine Fackel. Wir haben diese vier Scheiben. Und mal sehen, vielleicht können wir die ja wirklich da unten benutzen. Ist das dunkel hier? So, dann laufen wir wieder mal zurück. Dann bin ich mal gespannt. Wofür wir diese Scheiben benutzen müssen. So. So. So, nochmal hier. E. Okay. Okay. Hm. Das läuft. Was ist das Rote? Hat das was zu bedeuten? Das Rote hat das was zu bedeuten. Das Ding macht sich wieder zu. Wie wieder auf. Jetzt leuchtet was anderes. Ach so, das ist das was wir da aufgedeckt haben. Okay. Jetzt müssen wir das Ding hier noch mal machen. Oder? War das hier nicht? Ne, das nicht. Wozu habe ich denn jetzt da vorne? Hier ist noch eins. Das hier. Dann haben wir noch eins über. Was zeigt das uns denn? Europa. Ne, die Welt. Europa. Hm. Dann haben wir noch das hier. Das müsste dann die letzte sein. Sag mir. So, jetzt haben wir eigentlich alle verbraucht. Okay. Alle Wege führen. Na los. Okay. Ähm, ja. 1925. Rüttelus. Oder Rüttelus. Rotstuhl. Sie sind auch schön. Ja, alles ist schön. Also, du bist absolut sicher, dass wir auf der Straße zu verlieren, diese Zeit? Natürlich bin ich. Ich kann eine Mathe wie ein... ein Buch. Mein Punkt genau. Du bist nicht ganz wie dein Vater, bist du? Das ist der Grund, dass er mich zu tun hat. Jetzt, lass uns mal sehen, was das Hold-Up ist all about. Okay. So... Wir wollen nach Luz gehen. Aber ein Problem. Ein Mechaniker wird hier, um meine Fahrt in drei Stunden oder so. Drei Stunden? Aber was ist deine Mail? Just eine Package für die verrückte Professor, die in der Stadt studiert. Für das Problem. Ähm... Würdest du uns da beurteilen? Wird meine Fahrt fixiert? Für das Problem. Okay. Großes Problem. Ähm... Seine Gurke läuft nicht und ich denke mal... Wir müssen uns die... Wir müssen die Krücke reparieren oder was? Oh... Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Okay. So finden wir eine Frau im Schraubenschlüssel. So finden wir einen Schraubenschlüssel. Wenn du jetzt einen Schraubenschlüssel hast, würde du? Äh... Problem. Ich weiß. Danke trotzdem. Habe ich jetzt nicht so schnell verstanden, was er gesagt hat. Oh ja, alles klar. Wir haben Schraubenschlüssel. Warum willst du unseren Professor besitzen? Well... Es begann alles, als Adam einen secreten Raum gefunden hat. hidden below Oxford, pointing uns zu diesem Ort. Okay, ja. Isn't it? So anyway... Es sollte eine Verbindung zwischen Luz und dem Buch der Genesis sein. Vielleicht wird dieser Professor nicht mehr wissen. Es ist alles immer so spannend. So, wir werden uns das mal... Ach ja... Wähle die Drähte aus. Und, was sollen wir da machen? Ich wähle mal ein Draht aus. Ach, der Schwarm! Nein! Hallo! Hallo! Wähle die Drähte aus. Jetzt sollen wir die ganzen Röns von... Aha! Wir müssen erstmal das hier verbinden. So. Denn... So... Das geht... Und jetzt müssen wir... Eventuell... Auch nicht... Auch nicht... Auch nicht... Auch nicht... Auch nicht... Achso! Wir haben festgelegte Möglichkeiten. Wir müssen so... Auf jeden Fall... Dann haben wir das... Gehen wir das da oben hin? Mhm... Mhm... So... Kennen wir das irgendwie... Aha... Ja... Ja... Das ist nicht schlecht. Aber das kriegen wir so nicht hingebaut. Können wir das irgendwie... Da... Ver... Pflanzt? Da oben können wir das hin. Aber da hatten wir glaube ich auch was. Oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben ja bestimmte Möglichkeiten. Immer nur... Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Gerade durch. Gerade durch. Hätten wir noch eine Möglichkeit? Dann haben wir das hier. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Nach unten. So... Hallo? Das läuft doch. Das ist doch verbunden. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch auch nicht mal schlecht aus. Sehr schön. So... Was haben wir hier? Das müssen wir verbinden. Was haben wir denn noch? So... Vielleicht finden wir da eine andere Möglichkeit. Das würde auch gehen. So... Und eventuell. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Ach Mensch. Wollte ich doch nur ärgern. Was? Die Kiste läuft. Die Kiste läuft. I will deliver my package now. See, I told you. Part of the problem. Mensch, wir sind ja echt schlecht. Ha. Bisschen rumtüfteln und dann klappt das schon mit dem Nachbarn. Sehr schön. So, reinge in die gute Höhle hier. Dann gib mal Gas. Fragezeichen, Fragezeichen. Ob wir dem vertrauen können? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend. Luz, Frankreich. Wir sind gekommen. Willkommen nach der schönsten Stadt Luz. Wissen für ihre... Wissen für ihre... Wissen für ihre... Ehm. Wissen für die... Achso, du weißt was ich meine. Klar, wir wissen, was du meinst. Du bist eine Nase. Alter Schwede, bist du eine Nase. So, wir bringen das Paket zum Professor. Welches Paket? Du wirst mir doch nicht sagen, das Paket hier. Welches Paket? Welches Paket? Habe ich ein Paket? Gut, wo ist denn der Professor? Ach nö, das war schon wieder nächste Rätsel. Ich sehe das schon wieder kommen. Was ist das hier? Nichts, kommen wir hier rein? Öffnen. Ich bin eigentlich der Postbode, mein Freund. Hallo? Na super, Gewerkschaftsbedingungen. Ich drehe durch. Na gut, wir bringen das... Sehr witzig. Sehr witzig. So, wir müssen das Teil nach oben bringen. So, lass mal los, das Teil. Lass mal los. Loslassen. Wir schieben das mal dahin. Ach, das läuft schon mal alleine. Sehr schön. Gut, jetzt fahr nach oben. Fahr nach oben. Nein, das macht das natürlich nicht, weil wir müssen hier noch wieder was machen. Na, wundervoll. Wir müssen den Apparat auf Temperatur bringen. So. Ach so. Freunde, das war mehr als einfach jetzt. Das war aber simpel. Das war ziemlich simpel, muss ich sagen. Das war ziemlich einfach. Ähm, das war auch ein Stück Glück, natürlich. Wir haben da nicht mit 45 Sachen probiert, sondern... Können wir auch schneller laufen. Nein, tun wir nicht. Wir können nicht schneller da rumkrabbeln. Super. Paket ist oben. Professor. Und das letzte, die finalen Parten. Na, erwartet ihr einen Tipp, Junge? Geh aus meinem Ruf. Ich? Geh aus deinem Ruf? Ich bin Adam Bencher. Der Gefahr trimmelt, wenn er meinen Namen hört. Ich... Adam, shh. Ähm. Mein Kumpanier hier versucht, zu sagen, dass wir... ...deutliche Interesse in Lou's. Du? Warum? Was wissen Sie? Hm. Ich könnte... Aber wie ist es, dass du die restlichen Windräder reparierst? Dann sprechen wir. Na super. Tolle Aufgabe. Windräder reparieren. Okay, machen wir. Können wir... Okay, gut. Wir gehen hier rüber. So. Wir werden das Teil mal... So, und das werden wir mal ranzehren. So. Gut, wenn wir das Teil drüber reparieren. At least she's helping for once. Best leave her to it. Genau, jetzt packt sie wir sie mit an. Das finde ich sehr gut. So. Dieses Rätselchen. Gucken wir es mal an. Ach, du grüne Neune. Was ist denn das hier? Stromkreis verbinden. Ähm. Ähm. Ja. Okay. So. Wir müssen... Wir dürfen höchstens einen neuen haben. Ach, du grüne Neune. Das wird ja ein Spaß werden. So. Bei Null. Ach, du grüne Neune. Wie machen wir das denn jetzt? Hm. Drei. Wie kommen wir denn da ein bisschen hin? Ach so. So, so, so. Und... Genau. Die erste Leuchte leuchtet. Sehr schön. Jetzt wollen wir auf 13 kommen. Ah, fünf. So. Plus eins, plus eins. Das ist natürlich nicht. Wir müssen auf 13 kommen. Minus eins. Wir müssen die plus sieben mitnehmen. So. Dann kommen wir nur auf sieben runter. Och mein Gott. So, minus zwei. Wir müssen auf 13 runter. 15. Zack. Das Ding läuft. Sehr schön. Das haben wir... Das haben wir in Gange. Kommen wir da rein? Ja, da kommen wir rein. Ist halt ein... Ist verschlossen. So, mal sehen, was... Also klingen, ob sie fertig ist hier. Ich hoffe mal, sie ist durch. Ich gehe da mal ganz stark von aus, dass sie fertig ist. Wo ist denn die? Können wir schon mal mit dem reden? Können wir das? Wir werden es sehen. Okay. Gut. Ähm, ja. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hallo, Fräulein. Die Tür ist bestimmt mal auf dicht. Ja, natürlich. Die Tür ist zu. Okay. Gut. Dann werden wir uns mal auf die Suche machen, um sie finden. Sie muss ja irgendwo sein. Ach, da hinten. Es könnte sein, dass sie da hinten irgendwo ist. Gut. Das werden wir machen. Und zwar in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch was in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ähm. Ja. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.